An einem der Treffen in Esselen nimmt auch der Physiker und Philosoph Heinz von Förster teil. Der 1911 in Wien geborene Förster hat schon als Student Kontakt zu dem Philosophen Ludwig Wittgenstein und den Wissenschaftlern des Wiener Kreises, den frühen Vordenkern von Kybernetik und Systemtheorie. 1953 wird Heinz von Förster in den USA Sekretär der Macy-Konferenzen und hat damit Zugang zum inneren Kreis der amerikanischen Wissenschaftselite. Förster zählt zu den Pionieren der Theorie des Konstruktivismus, nach der wir Menschen unsere Wirklichkeit selbst konstruieren. Eine unabhängig vom Beobachter existierende objektive Wirklichkeit gibt es nicht. In den 60er Jahren leitet Heinz von Förster ein eigenes Forschungslabor, das Biological Computer Lab an der Universität Illinois. Im Auftrag der Forschungsabteilungen der amerikanischen Marine- und Luftwaffe arbeitet er hier unter anderem an der weiteren Verschmelzung von digitalen und biologischen Systemen. Einen eigenen Computer hat Heinz von Förster nie besessen, weil er offenbar glaubt, selber einer zu sein. Und diese Vorträge, die ich dort gehört habe, haben mich tief beeindruckt. Das letzte Mal gewesen, ja. Und durch Zufall bin ich auf einen Wiener Philosophen gestoßen. Ja, da habe ich dasselbe blaue Hemd. Also bin ich immer noch dasselbe Hals. Wie ich diesen Tractatus Logico Philosophicus zum ersten Mal gelesen habe, war ich völlig hingerissen. Ich habe also fast den ganzen Tractatus auswendig gekommen. Habe aber niemanden gefunden, mit dem ich darüber reden kann. Nur wenn zu uns zu Hause in der Familie irgendwelche philosophische Sätze gesprochen worden sind, habe ich gesagt, nein, so geht das nicht. Ludwig Wittgenstein sagt, Proposition 4,5,2, so und so und so ist der Fall. Und meine armen Eltern und Verwandten haben gesagt, was machen wir mit diesem armen Buben, der ist völlig brainwashed von Wittgenstein. Können wir irgendjemanden finden, der ihm da hilft, aus dieser Falle herauszukommen. Im Gegenteil, ich bin immer in diese Falle tiefer und tiefer hineingerutscht. Was ich sehe und was, glaube ich, in Ihren Fragenkomplex eintaucht, ist, dass Wissenschaft oder Scientia auf Lateinisch in diesen 2000 Jahren, seit Aristotel bis 2000, einen unerhörten Erfolg gehabt hat. Und auf was zieht sich Scientia zurück? Das indoeuropäische Urwort für Scientia ist ein Wort, das heißt Sky. Und das ist in Science und Scientia und in Schizophrenie und in Schism, das ist das Wort für Trennen. Und eben Systemik ist genau eine parallele Entwicklung, nur das Gegenteil von Science, ist integriert. Also wenn Sie heute bedenken, die ganze Systemtheorie und die Systemforscher, die sowohl in der Kunst als auch in der Wissenschaft auftauchen. Ich würde eben das eben nicht mehr Wissenschaft nennen, ich würde das eben Systemiks nennen. Das heute Wissenschaft ist übergegangen in eine Haltung, die zusammensieht, eine Systemiks. Also von Science to Systemiks sehe ich die heutigen Schritte. Ich habe erkannt im Laufe meines Lebens, je mehr ich mich mit der Physik beschäftige, dass ich eigentlich ein Metaphysiker bin. Und damit habe ich mich dann mehr und mehr gespielt. Und wenn Sie mich fragen, ja lieber Heinz von Förster, was ist ein Metaphysiker, dann sage ich Folgendes. Es gibt unter den Fragen, die wir stellen über die Welt, gibt es solche, die man beantworten kann. Heinz von Förster, wie alt sind Sie? Das kann man beantworten, kann man nachsagen. Katalog, seit 1911, geboren ist er 1990. Oder man kann fragen, die nicht beantwortet werden können. Wie zum Beispiel, Heinz von Förster, sag einmal, wie ist das Weltall entstanden? Da kann ich eines von den 35 verschiedenen Theorien sagen. Und ich frage einen Sternkundigen, der sagt, da war doch dieser Big Bang vor 20 Millionen Jahren. Oder ich frage einen braven Katholiken, der sagt, da jeder weiß, wie das entstanden ist, da hat Gott die Welt erschaffen. Und nach sieben Tagen war er müde und hat eine Pause gemacht, das war der Sonntag. Also da gibt es verschiedene, sehr interessante Hypothesen, ob wie das Weltall entstanden ist. Das heißt, es gibt deswegen so viele Hypothesen, weil die Frage nicht beantwortbar ist. So kommt es nur darauf an, wie interessant ist die Geschichte, die der erfindet, wie das Weltall entstanden ist. Da ist man natürlich ganz nah bei der Kunst, wenn es darum geht, eine gute Geschichte zu erfinden. Also eine poetische Geschichte. Ja genau, genau, das ist die Sache. Es besteht ein Zweikampf oder ein Dreikampf oder ein Zehnkampf zwischen den verschiedenen Poeten. Wer findet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat, das muss es gewesen sein. Aber Herr Erfmann-Förster, die Wissenschaft, auch gerade Ihre eigenen Forschungen, das sind doch nicht nur Erfindungen oder schöne Geschichten. Das beruht auch auf Mathematik, auf Zahlen, auf Beweisbarkeit, auf wissenschaftlich unbezweifelbaren Daten. Ja. Naja, aber es gibt jetzt schon so viele Daten, dass man gar nicht mehr die ganzen Daten in seine Geschichte hineindrehen kann. Und dann werden dann künstliche Daten erfunden. Das sind zum Beispiel Partikel, Teilchen. Da werden Teilchen erfunden, die das machen, was wir nicht verstehen. Also meine Meinung sind Teilchen immer Lösungen von Problemen, die wir nicht andererweise lösen können. Also Erfindungen, um gewisse Probleme erklären zu können. Das sind Teilchen. Jetzt muss ich dumm fragen. Ja, das verstehe ich. Ja. Ja, ich lasse es mir ein bisschen besser erklären. Ja. Sagen wir, es ist eine Lücke in meiner Theorie. Da kann ich nicht mehr drüber springen. Darf ich, achso, nein, das sind einfach neue Teilchen, die entweder grün, gelb oder sprechlich oder ich weiß nicht was alles machen, die ersetzen das Loch in meiner Theorie. So behaupte ich das. Jedes Teilchen, was wir heute in der Physik lesen, ist die Antwort für eine Frage, die wir nicht beantworten können. Na, aber das ist doch schrecklich. Wie kann man denn auf der Grundlage einer Theorie, die Löcher hat, also auf so einem anscheinend wackeligen Fundament, also Maschinen-Systeme, weltweit sich ausdehnende Maschinen-Systeme quasi ins Unendliche wachsen lassen? Ja. Ist das denn nicht riskant oder gefährlich? Ja. In diesem weltweit funktionierenden Maschinen-System sind alle Aussagen richtig und das ist natürlich das, was man gerne haben möchte. Und warum sind die richtig, wenn sie sich alles von anderen Aussagen ableiten lassen? Wo führt das hin? Ja. Wie geht das denn weiter? Ja, immer mit weiter ableiten. Ja, aber es gibt doch irgendwo Grenzen. Eben nicht. Das ist das Schöne. Da kann man immer wieder weiter. In der Logik? Yes, genau. Aber in der Realität? Wo ist die Realität? Wo haben Sie die? Wo ist die Realität? 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 Vielen Dank.